Das war mir da schon so ein letztes Bauch und da soll beim Elixier neue Seiden drauf kommen. Weil die jetzigen sind verrostet, weil die sind 2008 mal drauf gekommen und dann steht darauf, dass das Inspektion war und da will ich jetzt neue Seiden drauf machen. Ich möchte bloß wissen, ob der Klang, ob der sich im Klang verbessert. Das ist jetzt nicht das, was man so von einem Left Ball erwarten würde. Die ganzen Seiden sind ein wenig angerostet und das wird alles wegen der Regel. Das wird noch mal schauen. Das ist das Operton, La Cholet. Das könnte ein wenig besser sein. Das ist ja das. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht so, dass man ruhig weil die Xenierten waren oder haben die Ross wegen Ross stellen. Das möchte ich an den Maus probieren. Wie das aussieht. Und hat besser sein. Jetzt wollen wir schauen, ob das auch so funktioniert. Jetzt wollen wir schauen, ob das auch so funktioniert. Das ist eigentlich nicht mehr so. Angebot. 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 Die ist in der Lage, aber da fehlt halt noch ein Power. Und das muss man schauen, ob man das mit neuen Saiten, ob das dann sich wesentlich verbessert oder nicht. Das weiß ich nicht. Muss man ausprobieren. Dann wird man sehen. Danach gucken wir mal ein Video, wie das Alarm richtig sich anhört. So, da haben wir die Gitarre Elixier-Saiten drauf gemacht, nämlich die Nano Web 11, 11 ist ja die dünne E-Saite und 49 ist die dicke E-Saite. Ich bin gespannt, was das so ausmacht. So. 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 Stimmt noch was, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 . . . . . . . Ist schon besser, viel besser, viel, viel, viel besser als vorher. Das macht halt den Unterschied aus zwischen Neue und All den Seiten. . 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